Hallo Leute, in diesem Video ein paar Worte zu dem Thema Kodierungstechniken der Netzwerktechnik. Es gibt einige Kodierungstechniken, hier nur eine kurze Auswahl darüber. Das erste Verfahren, das wir anschauen, ist das sogenannte Simple B-Level Verfahren. Hier habe ich zum Beispiel eine Kodierung oder ich möchte etwas kodieren. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Ich fange einmal hier sozusagen unten unter Anführungszeichen an. Ich sehe einen 1er, gehe nach oben, gehe bei einem 0er wieder nach unten, gehe bei einem 1er wieder nach oben, bei einem 0er wieder nach unten, bleibe jetzt bei jedem 0er unten, sehe einen 1er, gehe wieder nach oben, und so weiter. Hier habe ich dann noch einen 0er und einen 1er. Das ist jetzt hier die Fortsetzung von hier oben. Dann gehe ich sozusagen wieder hinunter, und wieder nach oben. Fertig. Als nächstes Verfahren schauen wir uns das NRZL-Verfahren an. Hier sage ich wieder 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Im Unterschied zu oben ist das Ganze jetzt invertiert, beziehungsweise mit anderen Vorzeichen oder spiegelverkehrt, je nachdem wie man sagen möchte. Hier fange ich nun bei 0 oben an, sehe einen 1er, gehe nach unten, einen 0er, gehe nach oben, einen 1er, gehe nach unten, 0er, gehe wieder nach oben, bleibe solange oben, solange ich einen 0er sehe. Sehe einen 1er, gehe wieder nach unten, bleibe entsprechend unten, sehe einen 0er, gehe wieder nach oben, sehe einen 1er, gehe wieder nach unten und fertig. Beim nächsten Verfahren, dem NRZI, vielleicht noch ein Wort dazu. Das NRZL steht für Non-Return-to-Zero-Level und das NRZI für Non-Return-to-Zero-Inverted. Was verbirgt sich nun hinter dem NRZI? Eigentlich nichts kompliziertes. Hier fange ich einmal mit 0 an, sehe einen 1er, 1er ist jetzt sozusagen, bewirkt die Veränderung. Gehe nach oben, bleibe jetzt so lange oben, bis ich die nächsten 1er sehe. Wenn ich die nächsten 1er sehe, gehe ich wieder nach unten. Gehe wieder so lange unten weiter, bis ich die nächsten 1er sehe. Gehe dann wieder nach oben. Sehe die nächsten 1er, gehe nach unten. Sehe die nächsten 1er, gehe nach oben. Bis ich wieder die nächsten 1er sehe und gehe nach unten. Fertig. Bis heute Nacht. Beide翌 theets! Hilfle den Blick, du dunkel! Gehe nach unten! Gehe nach oben. Gehe nach oben! Vielen Dank.